So, jetzt geht es um die Verlegung vor ein Summationsglied. Also wenn ihr so einen Fall habt, ihr habt hier ein Eingangssignal U1 und hier ein Eingangssignal U2. Und dieses geht auf eine Summation. So, und das geht dann weiter auf euer G1 von S und hier habt ihr euer Y-Ausgang. So, ja, wie könnt ihr euch, wie dürft ihr das jetzt machen? Also ich zeige euch gleich mal die Lösung. Die Lösung sieht so aus. Ihr habt hier euer U1, da schiebt ihr euer G1 hin und euer U2, da schiebt ihr auch euer G1 hin. Und dann geht ihr erst auf euer Summationsteil und dann geht es hier auf euer Y. Also so sieht die Sache aus. Ihr dürft das einfach noch, ja, so in beide Sachen, in beide Richtungen schieben. Also es so aussieht. Warum ist das so? Zeige ich euch auch. Mathematisch haben wir Y ist ja G1, dann U1 plus U2. Aber man muss hier auch genau nehmen, S von S. Aber so genau nehmen wir es heute nicht. Jetzt geht es jetzt nur ums Prinzip. Also wenn ich das habe, dann darf ich hier aufschreiben, ist gleich G1 mal U1 plus G1 mal U2. Wenn ihr euch das anseht, das ist genau diese Form, was wir hier haben. U1 mal G1 und U2 mal G1. Kommen wir genau auf diese Form. Und so funktioniert die Verlegung vor ein Summationsglied. Im nächsten Schritt zeige ich euch, wie ihr habt, wenn ihr hier ein Summationsglied habt und möchtet jetzt nach hier schieben. Wie geht es dann weiter? Also bis gleich.